Wir möchten Ihnen heute einen herzlichen Ostergruß aus den Gärten von Landhaus Ettenbühl senden. In die Schweiz, nach Frankreich, überall hin, von wo Sie uns normalerweise besuchen kommen, hierher, was im Moment leider nicht möglich ist. Deswegen haben wir uns aufgemacht, sind durch die Gärten gegangen und haben so gut wie möglich gefilmt, was es im Moment Wunderschönes zu sehen gibt. Die Fische sind munter und warten auf Besucher und überall in den Gärten sprießt es und es ist so schön, dass wir sie einfach heute auch zu Ostern daran teilhaben lassen wollten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unsere kleine Osterspaziergang durch die Gärten von Landhaus Ettenwil gefallen hat. Eins steht fest, wir gärtnern besser als wir filmen, aber so ist es im Moment halt. Wir müssen alle aus unseren Komfortzonen raus und neue Wege gehen. Für heute wünschen wir Ihnen einfach alles Gute. Genießen Sie das Osterwochenende. Wir würden uns freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Die Gärtnerei ist täglich geöffnet. Sie finden alle Informationen hier unten im Newsletter, wann wir geöffnet haben. Sie können uns schreiben. Wir können Ihnen auch per E-Mail oder über unsere Website Informationen geben. Und diese Schönheiten und ich verabschieden sich für heute von Ihnen und wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und hoffentlich auch ein baldiges Wiedersehen. Vielen Dank.